Deutschland, mein Geld ist knapp, ich zock euch einfach ab. Alter, das sind mehr wie zwei. Ja, ist ja auch egal. Das sind acht. Ja, dann machen wir die Fußballmannschaft raus. Wie gesagt, es sind immer zwei dazu. Es schiebt nicht immer auf Frauen, dass sie schuld ist. Doch, das ist eine Schlampe. Aber es ist ja jetzt auch eine Nebensache. Durch diese Aussage von Timbo Tombo Tombo, oder wie man heißt. Worauf ist jetzt hinaus, Fortke, komm. Wie gesagt, der unterbricht uns die ganze Zeit beim Diskutieren, beim Reden. Alles gut, alles gut. Was kann ich jetzt von dir lernen, Fortke, was ich noch nicht im Leben weiß? Du musst von mir nichts lernen, natürlich. Ich bin niemand, ich bin einfach ein Niemand. Nein, das dachte ja keiner. Ja, ich sage das. Ich bin ein normaler Mensch in Deutschland, wo arbeiten geht und Steuern zahlt. Und natürlich dich dann unterstützt. Ja. Was ich dir sagen wollte. Wie steht es auch? Der vorhin wie Isam, wie der heißt, ich weiß nicht, ich habe es vergessen. Wenn er gesagt hat, wie gesagt, dass du so ein Content bringst, dass die Leute nicht arbeiten gehen sollen. So wie jetzt Timbo, er hat deine Videos gesehen, er hat dich am Anfang beleidigt, er hat etwas, was ich gemacht. Und dann hat er drei Tage später sein, was ich gemacht habe. Wenn das jetzt jeder macht in Deutschland. Dann wären die alle schlau. Dann wären die Menschen alles schlau. Nein, lass mich bitte, wenn das jeder in Deutschland machen würde, okay, und jeder in Deutschland. Dann müsste der Staat handeln. Dann kann ich mich mal ausreden, bitte. Ja, Mann, Entschuldigung. Ja, ey. Doch. Mensch, das Kind, Mann, echt. Und du, naja, egal. Sorry. Und wenn jetzt jeder in Deutschland arbeitslos ist, okay, wer zahlt dann was? Das juckt uns doch nicht. Das juckt uns doch nicht. Das ist so. Und mich. Ja, dich juckt das. Dich juckt das, weil du bist der Steuertaler. Du musst dir denken, ey, ich muss meine Miete zahlen. Ich nicht. Nein, du hast mich nicht. Wenn jeder in Deutschland. Nein, ja, ich hoffe es. Ich hoffe, es macht jeder. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Kennst du dich ein bisschen mit Inflation aus? Das interessiert mich nicht. Ich hoffe, es macht jeder. Ich hoffe es. Ja, aber dann. Was interessiert uns denn die Inflation, Alter? Ich erkläre es euch ganz normal. Hört mir bitte zu. Wenn jeder. Ich erkläre es euch jetzt zum Beispiel. Wenn jeder in Deutschland. Du willst diskutieren. Ey, du hast mich doch hier reingehoben. Ja, normalerweise machst du Wikipedia. Jetzt red doch. Ihr unterbrecht mich. Ihr seid wie Kinder. Jetzt red doch mal. Ja, also. Wenn jeder in Deutschland arbeitslos Geld verdient. Ja. Wo kommt dann das Geld? Sag mal von wem. Ja, von dir. Von wem? Na, von dir. Von dir. Ja. Wenn ganz Deutschland arbeitslos, jeder Bürger, jeder Mensch in Deutschland, wo lebt, arbeitslos ist. Von wo kommt dann das Geld? Versteht du das? Dann bezahlst du ganz Deutschland. Das haben wir jetzt die Frage geklärt. Solange du gehst, guck mal, Fortkill. Willst du leben lang arbeiten gehen oder willst du arbeitslos bleiben? Ich würde mein Leben lang arbeiten gehen. Ja, okay. Dann haben wir schon mal eine Person, die schon mal dazu beiträgt, dass ich chillen kann. Machen das noch 100 Millionen andere, dann geben wir euch Fortkill. Oh, wie leid, was geht, mein Bruder? Du hast meine Frage noch nicht kapiert oder verstanden oder du wirst es nicht verstehen. Ich weiß es nicht. Fortkill, guck mal, bitte, guck mal, ich sag dir eine Sache, guck mal, du musst morgen früh arbeiten gehen und schuften. Deine Meinung juckt mich nicht. Ja, Wikipedia, das juckt mich doch. Siehst du nicht gerade, dass mich das doch gar nicht juckt, was du da laberst? Du hast mich doch hier reingeholt, um zu reden. Ja, ja, aber du, aber ja, ich weiß, um zu reden, ja, aber du sagst immer, wenn jeder brennt, wenn jeder brennt, hast du keine anderen Sorgen? Hast du keine Sorgen? Ich denke mir gerade, was mache ich morgen, Wochenende, Morgen ist Freitag, was mache ich morgen, du kommst mal mit, du hast aber meine Frage, du hast meine Frage noch nicht richtig beantwortet, du hast meine Frage noch nicht richtig verstanden und wenn jeder das machen würde, dann würde der Sozialstaat zusammenbrechen, was ich hoffe, dann dann, dann hoffentlich, wenn die Löhne auch steigen. So, richtig. Ja, aber dann ist es schon zu spät. Nein, nein, dann fängt es erst an, mein Schatz. Nee, dann fängt es erst mal zu spät. Dann ist es zu spät. Dann fängt es erst an, mein Schatz. Vor allem, Digi, Alter, das G steht für gönnen. Gönn doch einfach mal. Gönn doch mal anderen Leuten das Geld. Gönn die Ruhe. Nee, warte mal, lass mal reden, du sowas sagst, das fängt dann erst an, aber wenn dann in diesem Moment alle Firmen, Bankrott, Insolvenz und etc. gegangen ist, wie soll es dann wieder steigen? Dann braucht es eine Zeit lang. Ja, mit dir. Mit dir, Fortkills. Es gibt bestimmt 100 andere Fortkills, die arbeiten möchten. Ist so. Es gibt zu viele Fortkills, Alter, und die bezahlen uns. Ist alles gut. Timbo, du bist der Bruder. Junge, vor einer Woche hast du... Ey, Junge, ich... Ey, Timbo... Nein, du hast mich... Nein, ohne Kehr ist... Du hast mich belehrt. Belehrt und bekehrt. Und das ist wichtig und richtig. Ich sag nur ein... Nein, du doch nicht, Alter. Ja, du doch nicht. Du wirst gerade belehrt. Ihr inspiriert andere Leute, in Deutschland nicht arbeiten zu gehen und am Ende sozusagen nichts zu haben. Ja, nur uns. Was soll ich jetzt machen? Warte mal. Nicht jeder, so wie du, macht Social Media. Weil wenn du jetzt, wenn du jetzt, so wie Timbo, jahrelang nicht arbeiten geht, dann am Ende des... Was? Ich war ja jahrelang arbeiten. Ich geh jetzt nicht mehr arbeiten. Ich war jahrelang arbeiten. Warum? Wie alt bist du? Bist du kurz vor der Rente, oder wie? Ich bin 43, Kollege. Ja, okay, aber es sind trotzdem noch 30 Jahre noch bis zur Rente. Ja, 40 Jahre. Eben, das ist es ja. Noch ein Grund, nicht arbeiten zu gehen. Oh, dankeschön, Habibi. Machst du Social Media? Verdienst du Geld? So wie der Jobcenter-Typ Geld? Nein, oder? Dankeschön, Bruder. Ja, siehst du? Ich mach das mit Drogen. Teddy Boost. Oh, danke, mein Bruder. Ich küsse dein Herz. Was machst du? Wie machst du dann dein Geld? Och, 40. Tick. Nee, du inspirierst andere Leute, nicht arbeiten zu gehen, aber nicht alle sind so gleich wie du und mache Geld durch Social Media. Verstehst du? Ey, 40. Ey, Bruder, ich küsse doch, ey, Bruder, ich küsse doch, ey, Bruder, danke schön für die zwei Autos, Junge, ich küsse doch dein Herz, Junge. Ey, das ist meine Rente Fortkill, Junge, geh mal schuften morgen. So, ich geh schuften, ich geh mal fortkill. Geh mal morgen arbeiten. Ich geh schuften, ich geh schuften. Ich geh schuften, ich geh schuften. Geh schuften. Gehst du eigentlich morgen gerne arbeiten? Gehst du gerne arbeiten morgen? Dankeschön. Ey, Bruder, ich küsse doch. Wann musst du aufstehen? Um 8 Uhr. Ja? Um 8 Uhr. Echt? Ja. Wann ist der Arbeitsbeginn? Hä, hab ich doch gerade gesagt. Also, ich stehe um 8 Uhr und um 8 Uhr dreißig. Boah, Bruder, der ballert 5.000 Euro. Ich geh gerne arbeiten. Ja, aber warum? Warum? Check her. Weil ich am Ende vom Wochenende... Seh die noch. Schokran, check her. Geil, ich hab die ganze Woche gearbeitet, ich kann jetzt relaxen. Und ich weiß, dass ich für mein Geld gearbeitet hab. Ich hab nicht so heute alles voll abgehakt. Immer die gleiche Masche, ja. Dass ich ein Haus habe. Warum? Warum gleiche Masche? Das ist meine Zukunft. Meine, meine, ähm... Fortkill, Fortkill. Nein, nein, nein. Was? Nein, nein, nein. Würdest du mich jetzt auch inspirieren, dass ich nicht arbeiten gehen lasse? Ich meine... Nein, nein. Du musst... Guck mal, Fortkill. Du musst arbeiten gehen. Ja, ich muss arbeiten gehen. Einer muss es machen. Einer muss es machen. Das sind wir. Und ich weiß, dass ihr... Dass ihr am Ende... Du. Dass am Ende ihr kurz vor der Rente nix bekommt. Und das hoffe ich. Guck mal, Fortkill. Ich hab was, bitte. Ich bekomme mehr wie du. Wollen wir wetten? Fortkill, Fortkill. Du bekommst nicht mehr wie ich. Das definitiv nicht. Klar. Nee, ich glaub nicht. Ja, ja. Ah, klar. Ja. Das ist die deutsche Runde von Deutschland. Ich weiß. Fortkill, aufstehen. Vielen Dank.